Was machst du? Was hast du gemacht? Sehen Gestern habe ich meinen Freund gesehen. Sich treffen Sich getroffen Uns Uns getroffen Wir haben uns gestern getroffen. Auf einen Kaffee Wir haben uns auf einen Kaffee getroffen. Trinken Getrunken Er hat Er hat getrunken. Einen Kaffee Er hat einen Kaffee getrunken. Was hast du getrunken? Das Wasser Wasser Ich habe Wasser getrunken. Wir haben eine Kaffee getrunken. Die Kaffee Er hat sich nicht gut getrunken. Ich bin aus.